Hallo und herzlich willkommen zu deinem Pack Opening. Heute mit 50 Carpads und sogar 5 davon. Ich fange jetzt mal an bei dem ersten Pack und es ist Wayne Winnie. Keine Zeit auf vieler, Wolter geht auch, Winnie auch. Ja, das Pack haben wir aber nicht gesehen, nächstes Pack. Dann dieses Maske-Pack. Und es ist wieder eine Scheiße drin. Also, dann gibt es ein Süd. Da hätte ich mich schon mal mit der Super-Kontroll-Schreck. Er hat das dritte 50 Car-Pack, das überspringe ich mir der Nase und... Ich dachte, das ist doch Verarschung. Ich bin dann vier Team aus der Seasens zu ziehen. Ich habe übrigens bisher drei 50 Carpacks rein gezogen. Er hat das vierter 50 Carpacks. Es dreht sich. Oh, du bist Team aus der Seasens benutzt. Immer in einer. Das geht auch immer klar. Ich stelle jetzt mal nichts wieder raus. Und weil er eigentlich nichts kostet, also... Komm. Ich biete hinein. Ich habe ja richtig viele Werte. Mal gucken. 61 Carp auf dem Boden. Kombidier mal. 62 Carp. Machen wir wieder dann weg. So. Der Rest kann wieder abschlossen. Jetzt noch ein Pack. Die sind noch nicht die Augen zu. So wird ein No-Look-Pack. Hoffentlich ist es packbar. Und es ist keiner. Verdammt. Die sind vielleicht gar nicht richtig scheiße. Außer bei dem Schieb. Aber damit kann man eigentlich nicht so richtig... zufrieden sein. Wegen der Verkauf. Immer noch nicht. Naja. Das heißt, wir werden... von diesem Packer kommen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Basta bescha미, T Fin. Tick.